im wald rüber okay dann ist okay so dann können wir erst mal heim gehen ich habe nicht gedacht dass ich das alleine schaffe aber ich bin mittlerweile schon gut stark also noch nicht so gut stark aber ich bin schon das ist schon okay so aus flux okay haben wir flux was haben wir hier flux sehr gut flux brauchen wir also flachs brauche ich das müssen wir auf jeden fall weiter setzt linke machen so in die gesetzlinge in die gesetzlinge was siebzig stück so dass wir zehn mal zehn da sind 100 was bringen diese pflanzen hier hat es ein wald rüben indigo pflanzen für brauchen wir die ich weiß es noch nicht ich weiß es noch nicht so wo kriegen wir okay wir haben hier schon flachs lag setzlinge da ich habe auch pflanzen wir brauchen jetzt bernsteine ja hast mich hier raus junge was ist das voll die falle so 34 damage feuer magie schaden eismagie schutz feuer magie schaden wir müssen gerade ein bisschen kochen das hält jetzt zu lang auf machen die keulen wir haben noch 13 stück noch mal die keulen hier rein lagerfeuer kann man löschen ja die können wir jetzt auch schon löschen die bringen halt sau viel ich habe hier noch 20 stück liegen und hier auch noch mal so 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 was fette foot einfach hier rein er hat mir erst mal sack auch noch flachs die hole ich da mal raus ist schon viel herum ist schon viel zeug ja 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 ja